Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ich freue mich, dass ich wieder eingeschaltet habe und wünsche euch einen wundervollen guten Tag, so wie immer. Wir gehen heute durch die, äh, wie nennt man das nochmal? Durch die, durch die, durch das Dorf wieder zurück. Und zwar Richtung dahin. Äh, da wollen wir jetzt hin. Hier ist eine Höhle, die ziemlich weit runter geht übrigens. Also, ziemlich weit. Ähm, ja. Letztes Mal haben wir dieses Village gefunden. Ich wollte mich einfach weiter umschauen, weil ich weiß natürlich nicht, was hier alles in der Welt geschehen ist. Und deswegen gucken wir einfach mal weiter. Kann sein, dass es langweilig wird. Ähm, aber trotzdem, ja. Also wir haben ja schon ganz viele neue Items gefunden, mit denen ich keine Ahnung habe, was ich anfangen kann. Aber das gucken wir dann, äh, wenn wir wieder zu Hause sind. Ähm, ja. Ja. Dass es aufhört, ein bisschen zu ruckeln. Aber ist okay, wir kriegen das hin. Ähm. Also das ist halt ein heftiger Berg und so. Aber, äh, also hier können, hätte ich das gefunden am Anfang, würde ich hier auch bauen. Aber ich finde bei diesen Eisdingern halt auch echt nice. Und ich will halt auch so ein Eisschloss bauen, weil ich sowas habe ich halt wirklich noch nie gemacht. Auf einem Berg baue ich eigentlich jedes Mal. Aber so ein richtiges Eisschloss oder sowas, sowas, das habe ich halt noch nicht gebaut. Und das, da hätte ich halt schon echt Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. Wir können halt wirklich so ein richtiges Eisschloss bauen, auch mit einer Silk-Touch-Spitzhacke dann so Sachen, so Eis abfarmen und so ein richtiges Eishaus bauen, wenn das geht. Könnte man ja auch überlegen. So, ich nehme natürlich das Fleisch immer noch mit, die Wolle ist egal. Ich meine, mein Inventar ist voll, aber da sind wichtige Sachen. Zum Beispiel Rotten Flash. Ganz wichtig. Braune Wolle ist noch ein bisschen seltener, deswegen nehmen wir das mit statt den Eiern. Ähm. Aber auf jeden Fall, das sieht halt auch schon so eine richtig kaputze, aber das hier sieht halt auch schon wirklich so kaputt aus. Also schaut euch das mal an, näher. Was ist das? So. Was wurde hier generiert, bitte? Aber okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Okay, hier haben wir dann auch Wasser, alles klar. Wir sind halt extrem weit weg von zu Hause, ne? Also, äh, ja, tausend. Tausend, vierhundert. Es ist schon eine Menge. Und schwebt da einfach was? Are you for real? Das schwebt? Da ist nicht mehr so ein Berg drunter? Ja. Da ist halt, wir haben einfach Skyblock gefunden. Eine schwebende Insel. Alles klar. Alles fucking klar. Ähm. Da geht's halt, glaub ich, wie's aussieht, nur hoch, ne? Ich glaub nicht, dass man da... Es ist irgendwas wie Türme oder so mittlerweile gibt. Ähm. Ja, ich weiß doch gar nicht, was... Also, was könnte man denn noch theoretisch finden, außer noch Dörfern? Ich glaub nicht so viel, oder? Wir müssen auch unbedingt ins Never. Das ist halt noch richtig wichtig. Weil da werden wir halt richtig wichtige Sachen finden. Wait, da ist aber was. Guck mal. Und ich hab... Ist das ein Delfin? Are you for real? Hier ist ein Delfin? Tega. Kann ich... Kann ich irgendwas mit denen machen? Kann man... Stell dir mal vor, kann man Delfine einfangen oder so? Der ja so ein richtig geiles Aquarium noch bauen. Das wär doch was. Wir haben ein Neverportal. Ist das ein Neverportal? Hä? 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 Was passiert hier? Oh mein Gott, das sind diese Magma-Dinger. Haben wir grad wirklich ein Neverportal? Ne, das ist nur zur Hälfte. Aber dann haben wir ein bisschen Obsidian und so. Hier ist auch ein Goldblock. Achso, ähm... Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Cool. Aber kann ich was mit dem Delfin machen? Die droppen bestimmt was, aber... Ähm... Ja gut, damit können wir halt... Mit diesen Dingern können wir halt... Ähm... Aufzüge bauen und sowas. Die ziehen einen runter und die anderen ziehen... Ähm... Ne, man braucht Soul Sand, ne? Dafür sonst. Ja. Weil ich verliere keine Luft. Doch. Droppen die irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Gut, dann bauen wir einfach mal ein bisschen Obsidian ab. Weil wir dann... Müssen wir später weniger abbauen. Au! Wait. Die sind... Oh, Lul, weil ich einen getötet hab. Die sind böse. Oha, Digga. Brauche... Ja, doch. Eigentlich brauche ich die. Ey, du steig... Du scheißvieh, ich... Wo war... Also... Digga, wieso hab ich einen von den Angegriffen? Jetzt greifen die mich alle an. Äh, was brauch ich denn nicht? Äh, 36 Holbein ist übrigens anders wie Gel... Äh, äh... Geld. Ja, moin. Essen. Bringt was. Ja, scheiß auf die zwei Eisen mal kurz. Ähm... Ja, gut, wir müssen sowieso später das wegwerfen. Äh, äh... Kann... Komm her. Der Fien! Ich fick dich. Komm. Zack. Sogar Fisch. Danke. Kommen gleich die anderen alle noch. Bleiben die jetzt alle wütend auf mich? Und dieser eine Obsidian sieht sogar echt komisch aus. Digga, piss dich. Digga, piss dich. Oh mein Gott, die springen ja sogar richtig. So. Dann bauen wir das kurz ab. Obsidian dauert halt immer Ewigkeiten. Okay. So, au, au, au. Nee, nein, nicht da rein. So, und der letzte der Fien ist auch tot. Aber dieser eine Obsidian sieht sogar echt komisch aus. Den will ich mal sofort abbauen. Abbauen gleich. Are you for real? Habe ich dich jetzt nicht aufgesammelt? Warte, Ice Bucket... Äh, Ice Bucket Challenge war dann Dings. Dass man Obsidian aufsammelt. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wie die ganzen Achievements waren. Guck mal, das hier. Das sieht ja anders aus, das Obsidian. Habe ich noch nicht gesehen. Guck mal. Was genau bist du? Ja, du bist ein anderes Obsidian. Crying. Was kann man damit bitte anstellen? Wieso kann man die eigentlich nicht so da reinwerfen, diese Dinger, damit man sehen kann, was ich damit anstellen kann? Also, es muss ja einen Grund für Crying Obsidian geben, oder? Naja. Ich frage mich gerade, wie viel ist das denn noch? Ja, es dauert halt wirklich hier auch ewig. Also, ein bisschen ist es ja schon noch, ne? Okay, wir haben noch drei Obsidian. Ich weiß gar nicht, ob es sich das lohnt, jetzt so abzubauen oder lieber selber zu suchen. Weil ich müsste das jetzt hier alles ausheben und so. Da habe ich keine Lust drauf. Und diese Magma-Dings haben wir eigentlich schon. Aber guck mal, so findet man dann halt auch Sachen, ne? Das ist sozusagen ein kaputtes Portal. Aber warum auch immer das Magma-Zeug und so, dass du da war, das weiß ich jetzt nicht. Hm. Gut, aber es wirkt nicht so, als wäre hier noch irgendwas anderes. Sonst, bewegen wir uns jetzt einfach mal mit dem Boot Richtung nach Hause. Vielleicht finden wir dann ja an der Küste noch irgendwas. Ähm, das ist die richtige Richtung. Und dann da hin, ne? Ja, und dann rechts. Gut. Äh, dann setze ich hier kurz einen Cut. Oder nicht einen Cut, sondern... Ja doch, setzen wir einen Cut und dann sehen wir uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Oder was Lustiges passiert. So. Wir sind nicht ganz zu Hause, das ist in der Nähe. Ähm, aber ich habe hier was wieder gefunden. Und zwar... Ein weiteres Portal. Und hier ist sogar eine Schlucht. Ja, moin. Wie weit geht denn das runter mit den Never-Dings? Schade, dass hier kein Soul Sand ist, ehrlich gesagt. Aber hier ist auch wieder dieses Crying Obsidian und so. Aber bis wir das abbauen dauert halt ewig. Wirklich Ewigkeiten. Wir müssten da halt hier irgendwie sowas bauen, damit wir hier... Art... Also halt, damit wir das öffnen. Können wir auch machen. Ist jetzt kein Problem. Ich habe... Da müssen wir auch nicht runter, dann sammle ich das jetzt einfach. Sollte auch reichen. Ein... Ja, ein Stack. Mal schauen. Hallo Zombie. Aber wir können das so machen. Da ist sogar eine Kiste. Ja, moin. Dann können wir das hier mal einfach kurz zubauen. Das ist gar nicht so schwer. Das hier, was wir jetzt vorhaben. Machen wir nämlich einfach so. Kiste öffnen wir gleich. Aber das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist... Mehr brauchen wir noch. Oh mein Gott. Jetzt bist du aber zu einem Wasser-Zombie geworden. Aha. Zu einem Ertrunkenen. Hä? Wait. Von was wurde ich... Lulu, der... Ach so, war da einfach noch ein neuer. Oh, perfekt. Und zwar... Müssen wir das hier mal kurz aushöhlen. So. Trick 17 ist das nämlich. Sofort. Haben wir eine Axt. Wir haben natürlich keine Axt. Das ist schlecht. Ich glaube nämlich, wir brauchen unbedingt eine Axt dafür. So. Ah. So. Machen wir uns kurz eine Working Bench. Ich hab das Eisen weggeschmissen. Perfekt, Digga. Ach, Mann. Ja, dann machen wir uns halt eine Holzachs. Ist besser immer noch als keine Axt. Sagen wir einfach mal so. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Das machen wir weg. So. Und dann müssen wir es nämlich jetzt so machen. Ey. Ich werd wieder runtergezogen. So. Das ist mein Boot. Ich dachte schon, wait. What the fuck ist das? Wait. Das dauert ewig. Ne, Digga. So funktioniert das aber nicht. Das ist schlecht. Stimmt. In die Kommentare wurde ja geschrieben, das geht vielleicht mit einer Tür. Was ich einmal testen wollte mit dem, äh. Scheiß auf das eine Gold. Ähm. Mit dem Unterwasser atmen. Ja. Das geht mit einer Tür. Guck mal. Dann machen wir das so. So geht das auch. Guck mal. Ist auch gar keine so schlechte Idee. Zack. Dann nochmal hier. Ne, das ist sogar echt gut so. Einfach nur eine Tür hinbauen, dann kann ich hier schon unter Wasser den ganzen Zeugs machen. Dann nochmal mal hier. Okay, komm. Öffnen erst mal die Kiste. Okay. Die Kiste. Mending. Okay. Fire Charge. Okay. Flinten und Steel. Okay. Okay. Fire Aspect. Okay. Das kann man halt, glaube ich, übertragen, oder? Ich weiß es nicht genau. Mending ist halt nice. Oh, wait. Mit einer Goldaxt. Mending ist doch, dass es sich selbst repariert. Das ist sogar gar nicht so schlecht auf einer Goldaxt. Obwohl Goldaxt geht halt so schnell kaputt, dass das vielleicht gar nicht rechtzeitig repariert. Das könnte sein. Aber ist doch trotzdem nice. Warte, die brauchen wir noch. Ähm. Das sind mehr als ein Stack. Das ist das Problem. Ähm. Ja, was machen wir jetzt? Was packen wir weg? Beetroot Seeds, brauche ich die? Weiß ich nicht. Machen wir das Terracotta mal weg. Aber das brauche ich halt auch noch. Flinten, Flint brauchen wir auch nicht. Das ist, ist nicht nötig. Aber guck mal. Also es war vielleicht bei dem anderen eine Kiste und ich habe sie übersehen. Ich weiß es nicht. Aber so haben wir wenigstens Mending. Also mit Gold ist ja schneller als Dings sogar noch, ne? Kann ich hier? Ach so. Bin lost. Also man kann damit ja anders schnell abbauen, ja. Ja. Das ist, das ist halt echt nicht schlecht so. Wenn ich ehrlich bin. Die brauche ich übrigens nicht mehr. Stimmt, die hätte ich auch wegwerfen können. Ähm. Ja. So. Mehr Obsidian. Lul, das kommt durch das kleine Dings durch? Are you for real? Das war früher aber nicht so. Da bin ich mir aber sicher. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Warte, wir machen das anders. Wo kommt das Wasser bitte her? So. Jetzt bauen wir dich noch ab. Gut, das dauert jetzt ein bisschen natürlich, ne? Ähm. Wie viele Obsidian braucht man nochmal? Vier. Ups. Das ging schnell. Ähm. Vier. Vier. Wir machen das hier mal kurz weg. Ähm. Ich will mir gerade überlegen. Vier. Äh, also. Stopp. Drei unten. Vier an den Seiten und drei oben sind acht plus sechs sind, äh, vierzehn. Habe ich die jetzt alle aufgesammelt? Oder verschw... Tötet dieses Magma scheiß die vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich möchte mal das Magma mitnehmen. Wenn dann, dann nehme ich das Magma mit. Besser als nix, sagen wir mal so. Und du bist halt auch schon wieder richtig zum Kotzen, ne? Ach, so. Ähm. Naja, okay. Jetzt kommt hier gleich auch die ganze Scheiße rein. Aber naja. Zack, zack, zack. Komm her. Obsidian. Oh, da ist sogar noch eins weiter. Ich gucke mal, wie viel ich habe. Neun. Das andere zählt nicht. Deswegen nehmen wir einfach mal alle drei mit. Ich weiß nicht, ob Crying Obsidian wirklich zählt. Und wir brauchen später sowieso noch was für den, ähm, Zaubertisch. Wie viel, weiß ich nicht. Drei Stück oder so bestimmt, ne? Ah. So. Guck mal, also wie schnell die Gold-Pigaxe kaputt geht. Aber man muss dann halt auch wirklich dann nebenbei irgendwie Experience. Also das, das, äh, die hält dann halt sozusagen, so. Die hält nicht lange, aber die lädt sich sozusagen schnell wieder auf. Was halt... Ja, eigentlich nicht so geil ist. Natürlich. Wait, war, war es das? Ne, da oben noch eins, ne? Ai, ai, ai. Machen das mal. Ah, so. So müsste es gehen. Und dann haben wir das letzte Stück schon mal fertig. Und dann hätten wir auch ein Never-Portal. Und dann könnten wir uns eigentlich schon in der nächsten Folge ins Never-Portal begeben. Wir können auch... Oh, wait, da ist sogar noch eins. Aber zwölf sollte reichen. Dann nehme ich das jetzt mal nicht mit. Da bin ich jetzt ein bisschen zu faul für. Hier ist sogar auch noch ganz viel. Äh, das war... War das ein komplett Ganzes? Außer ein Teil hat gefehlt. Lul. Ja, gut. Zwölf reicht. Die Ecken brauchen wir ja nicht. Ja, ja. Zwölf ist schon genug. So, und jetzt ist auch schon mittlerweile wieder Tag. Und dann können wir uns auch schön weiter bewegen nach Hause. Alter, ich werde hier halt die ganze Zeit runtergesogen. Es wäre so schön, wenn hier Soul Sand wäre. Und dann können wir uns einen richtig schönen Aufzug schon mal bauen. Aber naja. Ähm, wir sind auch wirklich fast zu Hause. Also ich weiß, dass irgendwas 450, 250. Irgendwie so war das. Also ich habe vorhin auch schon die Pyramide gesehen. Und da ist sogar eine... Ah, ne, die Workbench habe ich selber gemacht. Nevermind. Wir fahren in die falsche Richtung. Das hat niemand ges... Ne, das war doch schon... Ne, das war wirklich die falsche Richtung. Ah ja, da ist auch das Eis. Anlass lost. Ähm, ja, hier ist... Irgendwo in der Nähe wird es jetzt an der rechten Seite wird unser Ding sein. Weil hier gehen wir ja immer lang zur Höhle. In der Richtung irgendwie. Da hinten war ja auch die Wüste. Ja, guck mal, da sehen wir es schon. Guck mal, wir sind schon zu Hause. Perfekt. Und da... Wir müssen ja auch nicht unser Eisschloss hier drauf bauen. Sondern ich glaube, das da sieht mehr aus wie ein Platz, wo man ein Eisschloss drauf bauen könnte. Wie ich gerade sehe. Und man könnte auch so komisch Eisbrücken und so bauen. Also man könnte hier... Also so auf Eisbasis könnte man echt geilen Scheiß machen eigentlich. Da ist eigentlich echt... Was möglich. Nun müssen wir halt gucken, wie das halt mit Eis aussieht und so. Ah ja, komm, Scheiß drauf auf das Scheißboot. Ähm. So, gehen wir kurz hier hoch. Ich nehme auch natürlich die Diamond Pickaxe, weil viel zu faul, so lange zu warten. Ähm. Wie sieht es eigentlich mit unserem Weizen aus? Also wie sieht es wirklich aus? Man muss in der Nähe sein, damit das wächst. Ja, es ist immer noch grün. Und wir sind definitiv lange unterwegs. Ähm. Gut, wir haben jetzt ein paar Sachen. Hier haben wir zum Beispiel... Also wir tun erstmal die Sachen rein. Und das... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mich vielleicht aber auch in der nächsten Folge, was das sein könnte. Dieses Ganze gedöhnt. Aber wollen wir diese Folge schon ins Never gehen? Komm. Machen wir jetzt mal einfach ein bisschen ins Never gehen auf Flakes. Ähm. Mag mal, warum der Marko-Block da ist, weiß ich auch nicht. Crying Obsidian, das werde ich auch noch nachgucken, alles was das ist. Fire Charge, wissen wir natürlich. Damit kann man so ein bisschen Kanonen und so machen. Ähm. Hier haben wir noch mal Betten. Also was diese Kartografie-Table... Okay, Bell, verstehe ich, was das ist. Ein goldenes Schmerz mit Fire Aspect 2. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Tue ich jetzt hier mal rein. Ah, wir brauchen ganz viel Essen natürlich, wenn wir ins Never wollen. Und wir können das ganze Eisen rausholen. Und was weiß ich, was wir hier jetzt noch gebraten haben. Ich habe unten, glaube ich, nichts reingetan, ne? Ja. Dann packen wir mal das Fleisch so da rein. Brat das mal hier schön durch, Junge. So. Brot haben wir auch ohne Ende. Und wir haben auch wirklich hier das ganze... Ja, das ist halt full. Goldblock nehmen wir mal... Ne, machen wir mal auseinander. Aber mehr auch mehr als ein Stack Gold. Aber wir haben schon Zeug. So ist es nicht. Die Seeds sind halt auch wichtig. Flind und Stil brauchen wir jetzt gleich. Ähm. Wir haben das. Achso, natürlich, das brauchen wir nicht. Das nicht. Und wir haben Äpfel. Können uns jetzt ein Pferdchen holen. Ähm. Wir brauchen aber auf jeden Fall Essen. Natürlich könnten wir uns auch, äh, Brot einfach machen. Aber Fleisch ist so wie jeder... Ach komm, ich habe eigentlich keine Lust zu warten. Wir machen uns jetzt einfach Brot. Oh mein Gott, ist das viel biet. Wir machen da einfach nur Brot raus. So, wenn wir das wieder bräuchten, irgendwie solche Blöcke, dann machen wir einfach, ähm... Wie heißt das? So viel brauche ich auch nicht mitnehmen. Ähm. Aber wenn ich sterbe... Sechze... Ah, nee, aber ich brauche schon mehr noch ein bisschen. Das nehmen wir einfach noch mit. Ähm. Ja. Dann bauen wir kurz mal das Never und gehen da schon mal rein. Wo wollen wir das denn jetzt hinmachen? Also hier, ich weiß, wir haben ja gesehen, dass es die Map verändert, irgendwie das Never-Portal. Das ist irgendwie neu. Ähm. Deswegen würde ich das mal hier irgendwie ein bisschen weiter weg machen. So was könnte man... Wir haben hier halt auch überall so kleine Inseln. Man könnte halt auch einfach auf jeder Insel so was anderes hinbauen. Auf der einen kommt so ein Chanting-Table, auf der anderen kommt hier das Never-Portal und so was. Das müsste... Könnte man ja machen. Eins, zwei... Könnten das hier sogar reinbauen, ne? Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Vier war zu viel. Ah, fuck. Nee, da habe ich nichts hingebaut. Wieso wirkt das gerade so, als hätte ich nichts mehr da? Habe ich doch zu wenig? Habe ich falsch erzählt? Vier, vier plus sechs ist doch... Ich bin einfach geistig behindert. Kann das sein? Kann das sein? Bin ich einfach geistig... Geistig zurückgeblieben? Ist das so? Das muss auch nicht drei hier unten sein. Ich bin halt anders lost. Müssen die ganze Scheiße jetzt hier wieder abbauen. Oder muss es doch drei sein? Doch, doch, doch. Drei muss es schon sein. So ist es nicht. So dumm war ich jetzt nicht. Aber das muss halt noch eins höher. Vier hoch. Ja, vielleicht bin ich auch wirklich aber lost gerade. So. Ja, ich bin echt... Mann. Warte, nee, vier hoch. Könnte das auch... Zwei breit. Drei hoch. Ey, ich muss mir die Never Portal Master angucken. Ups. Warte mal. Never Portal. Zeig mal her. Zwei. Oh mein Gott. Ich bin so lost. Das müssen nicht drei sein. Wie komme ich denn auf drei? Vier unten. Nicht fünf. Ey, wir können halt jetzt die Hälfte einfach wieder abbauen. Oh Mann. Das dauert ewig. Ja. Und, äh, Leute. Wie geht's euch so? Habt ihr Spaß? Es ist ein Street Trailer kam gestern raus, ne? Ähm. Ander. Ander. Das nice. Definitiv. Freue ich mich schon heftig drauf. Ähm. Ich hab mich aber dagegen entschieden, das vorzubestellen. Ich werd's nämlich, äh, dann einfach... Ich hab mir gedacht, äh, ich hab mir ja Odyssey vorgestellt, aber ich hatte auch die Medusa Edition. Ich hab mir, äh, die Collectors Edition und so da angeguckt. Ähm. Hab überlegt, mir die zu holen. Aber dann dachte ich mir, äh, ja, irgendwie... Also, irgendwie war die von Odyssey geiler. Ja, also, ich fand die, die... Die, die... Lost Edition fand ich jetzt nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Wieso hab ich keine anderen Blöcke mitgenommen, so auf Anlass Lost. Ähm. Ähm, fand ich halt einfach nicht so nice. Und deswegen hab ich's einlassen. Dann dachte ich mir, hm, muss ich mir das vorbestellen für diese eine Mission? Eigentlich nicht, weil, äh, dann bestell ich's jetzt für 60 Euro und dann hol ich's mir später vielleicht einfach zum... Am Release-Datum, aber kurz davor, das wird ja immer reduziert, noch auf... in den Key-Seiten. Dann hol ich mir das einfach nur für 40 Euro oder so. Da hab ich ja letzt... Das war, ähm, hab ich nämlich gesehen bei, äh... Wer heißt das nochmal? Mh... Bei Sekiro. Das weiß ich noch. Da hab ich nämlich gesehen, dass es später reduziert war auf 40 Euro oder so. Und dann, ähm... Ja, ich glaub, ich hab das auch sogar reduziert gekauft. Glaub ich. Ja, ja. Ich bin mir relativ sicher. Ich bin aber lost. Einfach lost. Wir haben so viel Zeit jetzt einfach mit Obsidian abbauen verbracht, deswegen, äh... Ja, komm. Scheiß drauf. Machen wir das so. Zack. Und ab geht's. Ins Never mit uns. So. Gibt's da was Neues? Sieht so aus. Wir haben... Komische Blöcke. Wir haben ne Kiste. Silk Touch. Scha... 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 ähm, wir bauen das jetzt hier alles ab und dann sage ich nur eins, wir haben unser Ziel für diese Folge geschafft was haben wir in dieser Folge gemacht? Nix ja, so geht's auch manchmal, also wir haben in dieser Folge glaube ich wirklich nichts gemacht, außer wir sind jetzt im Never und den Never erkunden wir aber erst in der nächsten Folge, he he wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein äh, lasst auch gerne ein Abo, Like und Kommentar da und äh ciao ach diga